Der Pal-Ruggenstein-Verlag war ein Verlag mit Sitz in Köln. Nach dem Wegfall der Finanzierung durch die DDR kam es zur Insolvenz im Jahr 1989 und zur Neugründung des Verlages Pal-Ruggenstein-Nachf in Bonn, der den Namen seitdem fortführt. Pal-Ruggenstein-Verlag Der Verlag war 1957 von dem Berliner Verleger Manfred Pal-Ruggenstein in Köln aus dem Umfeld der politischen Fachzeitschriftblätter für deutsche und internationale Politik herausgegründet worden, die ein Jahr zuvor zum ersten Mal erschienen waren. Langjähriger Geschäftsführer und Verlagsleiter war Paul Neuhoeffer. Der Schwerpunkt des Verlagsprogramms lag im Bereich des politischen Sachbuchs. Vor allem bei Veröffentlichungen zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen der Bonner Republik. Insbesondere wurden Themen aufgegriffen, zu denen in der Bundesrepublik soziale Bewegungen entstanden waren. So die Wiederbewaffnung nach dem Zweiten Weltkrieg und die Einbindung der Bundesrepublik in die NATO, sowie die Notstandsgesetze, gegen die sich die außerparlamentarische Opposition gebildet hatte, gewerkschaftliche Fragen. Später die Friedens- und Umweltbewegung und auch die Frauenbewegung und die Deutsche Studentenbewegung der 1960er Jahre. Paul Neuhoeffer führte dazu aus, der Verlag habe sich als publizistisches Forum aller progressiven Kräfte verstanden. Der Pal-Ruggenstein-Verlag nimmt Partei an der Seite all jener, die für Frieden und Demokratie eintreten. Mag sich die jeweilige Person der Arbeiterbewegung oder dem bürgerlichen Lager verbunden fühlen. Es war ein wesentliches Ziel, der Entspannung und der Völkerverständigung zu dienen. Man unterhielt enge Beziehungen zu Verlagen in der DDR, etwa zum Akademie-Verlag, und vertrieb deren Sachbücher sowie wissenschaftliche Literatur auch von sowjetischen Schriftstellern in Lizenzausgaben auf dem westdeutschen Markt. Im Gegenzug waren Bücher aus dem Programm von Paul Rugenstein im ostdeutschen Buchhandel erhältlich. Werke von Systemkritikern waren nicht im Programm. Der Verlag ließ auch Bücher in DDR-Druckereien herstellen. Autoren des Verlags waren Wolfgang Abendroth, Eberhardt Schichon, Wolfgang Däubler, Frank Deppe, Georg Fühlbärr, Florenz Herwe, Jörg Hafschmidt, Gerhard Kade, Jürgen Kutschinski, Reinhard Kühnel, Reinhard Opitz, Helmut Räder, Wilfried Schwamborn. Seit 1979 erschien bei Paul Rugenstein der Frauenkalender Wir Frauen und seit 1983 wurden hier auch die alternativen Wirtschaftsgutachten der Bremer Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik veröffentlicht, die bis dahin im gewerkschaftlichen Bundverlag erschienen waren. Für den Bereich der Stadt- und Raumplanung bedeutend war die Reihe Stadtplan, Planen, Bauen, Kommunale Politik mit sieben Bänden. Ausgegeben von Klaus Bracke, Joachim Brech, Eberhardt Däne, Klaus Siekhoff, Barbara Dietrich, Jörg Vossmann, Hans Harms, Jörg Janssen und Jürgen Rosemann. Außer den Blättern wurden die Fachzeitschriften Demokratie und Recht, demokratische Erziehung, demokratisches Gesundheitswesen, die dritte Weltzeitschrift Anti-imperialistisches Informationsbilder, Neue Stimme und die Zeitschrift für Sozial- und Zeitgeschichte des Sports verlegt. In den letzten Jahren auch die Deutsche Volkszeitung, die Tat, die vom Röderberg Verlag herausgegeben wurde, der 1987 ebenso von Pahlrugenstein übernommen worden war wie der Weltkreis Verlag. Dies im Zuge des Aufbaus eines belletristischen Programms. Diese geschäftliche Expansion war sehr aufwendig und hatte schon im Jahr 1988 zu finanziellen Schwierigkeiten geführt, da sich die Investitionen nicht auszahlten. Der Verlag wurde von der DDR finanziert und trug deshalb auch den Spitznamen Pahlrubelschein. Die weitere Bezuschussung des Verlags sollte zu diesem Zeitpunkt über Anzeigenaufträge im Umfang von 1,5 Millionen DM. Bei den Zeitschriften auch über Abonnements erfolgen, in beiden Fällen wurden im Zuge der Wende Verträge von DDR-Firmen vorzeitig gekündigt. Die SED beendete damals die Finanzierung westlicher Unternehmen im Umfeld der DKP. Nachdem der Verlag bis dahin seine DKP-Nähe bestritten hatte, gab die Verlagsleitung im November 1989 zu, dass die Zahlungsunfähigkeit und der gerade beantragte Konkurs auf die ausgebliebenen Zahlungen aus der DDR zurückging. Der Pahlrubelstein Verlag war kein DKP und DDR-Verlag, hieß es nach dem Konkurs bei ehemaligen Beschäftigten, Autoren, Lesern. Schrieb Werner Rüge mal in einem Rückblick auf die Ereignisse in der Zeitschrift konkret. Hunderttausende Menschen haben die Bücher des PRV gekauft und hoffentlich Freude und Nutzen davon gehabt. Wenn sie nun erfahren, dass ihre politische Bildung von Ulbricht und Honecker mitfinanziert worden ist, sollte ihnen das kein schlechtes Gewissen machen. Der Verlag hatte zuletzt 57 Beschäftigte. Im Nachhinein wurde bekannt, dass zeitweilig zwei Mitarbeiter des Verlags zum Schein als Lektorin beschäftigt gewesen waren, deren Aufgabe es war, die westdeutsche Friedensbewegung über das Komitee für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit im Auftrag kostdeutscher Stellen zu beeinflussen. Das Archiv des Pahlrubstein Verlags war vom Einsturz des Kölner Stadtarchivs im März 2009 betroffen. Nachfolgeverlage und Projekte seit 1990. Aus der Insolvenzmasse heraus erwarb Arnold Bruns den Namen des Pahlrubstein Verlags und den größten Teil des Warenlagers. Die Bücher wurden danach zum Kauf angeboten. Die Pahlrubstein-Nachf GmbH besteht bis heute in Bonn. Weitere Gesellschafterin ist Hanna-Oxanen-Bruns. Der ehemalige Lektor des Pahlrubstein Verlags Jürgen Harrer gründete im Jahr 1990 gemeinsam mit Christa Herterich und Peter Bergmann den Papyrossa-Verlag mit Sitz in Köln. Die implizite Bezugnahme auf den Pahlrubstein Verlag kommt in den Initialen des neuen Verlagsnamens weiterhin zum Ausdruck. Beide Verlage haben wesentliche Teile des verlegerischen Konzepts des Pahlrubstein Verlags übernommen und weiterentwickelt. Einige Autoren sind zu dem Namensnachfolger, andere zu Papyrossa gewechselt. Die meisten Zeitschriften des Pahlrubstein Verlags wurden bei der Liquidation oder wenige Jahre danach eingestellt. Die juristische Fachzeitschrift Demokratie und Recht wurde noch bis 1993 im Demokratie- und Rechtszeitschriften Verlag fortgeführt. Die Blätter für deutsche und internationale Politik waren die einzige Zeitschrift, die sich vom Verlag lösen und sich mit einem Förderverein auf eigene Füße stellen konnte. Sie existiert bis heute und hat auch nicht an Verbreitung und Bedeutung eingebüßt. Die Deutsche Volkszeitung, die Tat, schloss sich im Jahr 1990 mit der Ostdeutschen Zeitung Sonntag zusammen. Hieraus entstand die Wochenzeitung der Freitag. Die Theaterung aus der Freitag. Vielen Dank.